Wir sind Kollegen, warte F***! Was ist hier? Moment, hier gibt's die Schlägerei! Schreibe! Wie machst du das? Der ganze Knapf geharrt auf mir. Ich bin hier sowas wie der Boss. Muttsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem wunderbaren neuen Video, meine Freunde. Wir spielen heute den Prison Simulator. Allerdings bin ich heute der Justizvollzugsbeamte Herr Stein und bringe die Leute in die Besucherhalle hinein. Ist klar, oder, meine Freunde? Wir spielen den Buttsbach-Simulator. Prison Simulator. Die Demo ist da. Alles klar. Okay, hier können wir erstmal die Gefangenen erstellen. Ich würde sagen, wir... Ehrlichkeit, Joshua Davis. Kann ich dir noch einen Namen geben? Fritz Meinecke. Und der sieht... So, das ist Fritz Meinecke. Dann haben wir hier einmal Walter Kevin. Kevon. Kevon Wolter. Den haben wir hier auch einmal. Ja, das passt eigentlich so gut. Kevon Wolter. Dann haben wir Papa Platze. Das passt soweit. Wir müssen den dünsten Charakter nehmen, den es gibt. Ne, eigentlich müssen wir einen ziemlich fetten Charakter nehmen. Papa Platte. Super, das passt auch. Dann haben wir Trimax Villager. Dem kann man schon so eine Statur zurechnen. Das passt soweit. Wir brauchen ein Gesicht, das aussieht wie Trimax. Absolut. Den nehmen wir auf jeden Fall an der Stelle. Das passt. Ja, ja, Jim Klose kann auch gerne reinziehen. Wir sind... Unsere Gang heißt... Wir haben einmal Ad-Member, Fritz Meinecke, Papa Platte und Trimax in der Gang. Dann ist natürlich Jim Klose, ganz klar. Jim Klose ist zusammen mit Felix von der Laden und Robert Lewis. Und dann in einer Gang natürlich, klar, sind Montana Belek und Memo Belek sind eine Gang. Und das hier sind die... Das sind die Putze-Hude. Das sind die Loser. Und die hier nennen wir... Ach, Scheiß drauf. Perfekt. Ich würde sagen, das passt soweit. So, ich bin der Justiz von Ante Stein. Oh, Alter, wir haben hier einen richtigen Alpha-Chat. Mach mal auf das Ding. Alter, wie sieht er denn aus, Junge? Es ist Weihnachten im Putzbach, meine Freunde. Schaut euch um. Moin Meister, ne? Alter, what the... Wir sind Kollegen, what the... What the... Wieso schlägt ihr mich? Wir sind Kollegen. Tür zu. Ah! Lass es! Oh, geil. Wer tat Kampf? Wer tat Kampf? Wer tat Kampf? Hier müssen wir rein. Alles klar. Okay, rein zum Boss. Okay, die Prisoner in Block B. Aufwecken und gucken, ob da danach fehlt. Klar, kriegen wir hin. Okay, es gibt ein paar Pakete, die ankommen. Und da müssen wir noch nach Sachen suchen, die die Leute da haben. Ah ja, und noch ein paar neue. Gefangene müssen wir auch noch... Alles klar. Ja, okay, Chef. Dankeschön. Okay, wir fangen an. Kantine. Oh, hier essen die Gefangenen. Robert Welke, Bruce Larson, Daniel Davis. Okay, das sind nicht die Leute, die wir kennen. Digga, das sieht ja immer absolut räudig aus, was du hier gemacht hast. Es gibt ja nicht mal Montana Black-Noodle-Auflauf hier. All right, Bro. Lass uns nicht drüber reden. Wir gehen einfach weiter. Und hier ist dann der Innenhof, richtig? All right, nice game. Okay, ich würde sagen, wir geben unseren Aufgaben nach. Also, Digga, ich habe das Gefühl, dass das hier kein normales Gefängnis ist. Das ist ein Gefängnis für mental beschränkte, Alter. Wir gehen rein in den Zellenblock. Let's go. Matthew Palmer, der pisst gerade. Kann ich hier aufmachen? Okay, schade. Wo sind jetzt unsere Knastels? Ich will Monto und sowas sehen, Alter. Wo sind sie? Ah, hier. Hochsicherheitsblock. Okay. Alles klar? Okay. Alles klar. Okay. So, Fritz Meinecke. I've got a business for you. I think you like it. I'm listening. So, why don't you make a deal? Okay, der will mit uns arbeiten. Okay, der will uns irgendwie... Nein. Mach ja nichts Illegales. Ach, das brauchen wir. Ah, okay, okay, okay. Erstmal aufmachen. Ah, jetzt kommen die auch alle raus. Okay. Erstmal abtasten, Fritz Meinecke. Er hat nichts dabei. Und jetzt den Klicker. Fritz Meinecke ist da. Kevin Wolter, bitte raustreten. Okay. Moment, hier gibt es eine Schlägerei. Wir haben eine Schlägerei. Alter, was denn... Alles klar. Taser. Erwählen in der Full Version. Dann nehmen wir den Stock. Jetzt gibt es auf den Maul. Mach mal, spinnst du oder was? Matthew Dunkel. Du hast doch... Matthew Dunkel. Matthew Dunkel. Jetzt brennt sie, Alter. Oh, nee. Wie stressig ein Butzbach. Haben wir nicht irgendwie... Ah, ein Taser. Ein Taser. Ein Taser ist sehr gut. Okay, Feuer, Feuer, Feuer. Äh, Feuer wo? Och Gott, Alter. Wer von euch war das? Ihr Idioten. Ihr dumme Idioten. Ihr sollt nicht den Betonboot anzünden. Ich hab's euch gesagt. Okay. Du fetter... Kevin, lass es sein. Robert. 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 Entschuldigung. Was ist mit dir? Papa Platte? Ist auch da. Trimax Villager. Was willst du? Nehmen wir den Deal von Trimax an und warum ist Trimax geschminkt? Es ist mir egal. Pakete kommen, ja. Ich guck, was drin ist und ich guck weg. Alles klar. Okay. Natürlich, klar. Machen wir Trimax. Gar kein Problem. Gut. Machen wir weiter. Jim Klose ist da. Trimax Villager ist da. Felix von der Laden. Viele würden sagen, dass das wahllos ist, was ich hier mache. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich suche mir ganz gezielt aus, auf wen ich losgehe. Ich hab kein Problem mit denen als Mensch. Aber der muss zurück in die Zelle. Gut. Können wir abklicken. Felix von der Laden ist da. Alles klar. Gut. Hans McQuickley. Robert Lewis ist da. Jason Johnson ist übergewichtig. Leo White ist da. Memo Belek ist da. Paluten, Paluten, Paluten. Selber Schulz. Zurück in die Zelle. Matthew Dunkel ist da. Peter Traver ist da. Olaf Goldberg ist da. Wo ist Montana Belek? Charakter aggressiv. Gang books zu Hude. Crime, Drug Dealing. So, so. Monte. So. Nicht in meinem Knast. Jetzt wird erstmal hier auf dem Klo zusammengebrochen, Kollege. Zeig dir gleich mal, wie hier aggressiv ist, du dreckiger... Krimineller. Selber schuld, wenn du Drogen dealst und dich selber nimmst, dann hast du es auch nicht anders verdient, du... Junge, der kann aber Fäuste austeilen. Allah. Kurz nochmal ins Klo fassen bei Monte. Und abgeklickert. Oh ja, Baby. Erste Aufgabe erledigt. Okay, weiter geht's. Wir gehen raus in den Innenhof. Jetzt sagt mir nicht, dass ich mit den Gefangenen zusammen trainieren muss. Das wäre ja gigalost. Natürlich, klar, Digga. Ich sag's euch, wenn mich einer beim Bankdrücken auslagt, gibt's auch die F***. Ich hab Pfeffersprayer-Loser. Ich würde sagen, wir trainieren eine Runde. Let's go. Boah, Digga, das ist wirklich anstrengend. Damit wir Montana Belek noch mit mehr Power in die F*** hauen können. Oh, noch einer, komm. 20 Stamina. Okay. Oh, guck mal, wie lange wir jetzt laufen können. Damn nice. Zurück hier. Okay, jetzt müssen wir für Try to the Max das Paket raussuchen. Alles klar. Leo White Package. Smell like a Meadow. Mmh. Ah, sieht okay aus. Salat. Sieht auch soweit gut aus. Oh, Broken Heart and other Heart Problems. Oh, ich denke mal, das passt soweit. Und rein ins Regal. TryMax Villager. Dann schauen wir mal, was der Kollege hier reinschmucken möchte. The Lady of the Earrings. Oh. TryMax. So nicht. Aber du bist ein korrekter TryMax. Also, sch*** drauf. In den schicken Tits werden doch keine Drogen drin sein, oder? Das wäre jetzt wirklich zu viel. Max, du enttäuschst mich. Der hat überall. Okay. Wie sollen in der Himmels Schokolade Drogen drin sein? Das ist unmöglich. TryMax, wie machst du das? Deutsche Pablo Escobar, ich sag's immer wieder. Aber TryMax ist ein korrekter. Und wir erzählen keinem was, okay? Mal ein bisschen rumballern hier. Mal gucken, wie das Aim hier so läuft in dem Game. Okay, wir müssen es zu TryMax rüber. Jeder kriegt so einen kleinen Spritzi mit. Und den nocken wir komplett aus, weil wir sind gerade alleine mit dem. Ich hasse Justin Washington. Ich hasse dich. Oh yeah, Baby. Der ganze Knast gehorcht mit mir. Ich bin hier sowas wie der Boss. Und jetzt holen wir unsere fette Rendite bei TryMax ab. TryMax? Oh, ich hab über dich nachgedacht. Klar, hier, Bro. Oh damn, Bro. 25 Dollar. Dafür wird's erstmal ne Strafe geben. Oha, Digga. Oha. Ja. Oha. Ja. Hm, Kevin. Ich hab deinen Proteinriegel weggenommen. Den esse ich jetzt vor dir, du Loser. Weil ich nämlich hier der Chef bin. Okay. Gut, Leute, ich würd' sagen, das war ein sehr entspannter erster Arbeitstag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von... Schlag Traum auf den Fettsack. So, Jungs, ihr macht das schon. Also dann, es war ein sehr entspannter Arbeitstag. Ich würd' sagen, wir sehen uns bei der nächsten... Fritz, lass es einfach. Geh in deine Zelle zurück. Ich würd' sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es dann heißt, wir müssen noch ein paar Erledigungen hier machen. Und schauen, was das Game sonst noch so zu bieten hat. Sehr, sehr spannendes Game. Ich freu' mich drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin raus. Officer Stein verabschiedet sich auf Butzbach. Bis die Tage. Bis denn. Ciao, ciao.